Hey Leute, euer Sazono hier. Am 28.02. ist es endlich soweit. Die 4 Millionen werden erreicht, live on stream, um 20 Uhr. Dazu verlose ich noch 20 von diesen supergeilen Schlüsselanhängern, die ihr gleichzeitig dazu nutzen könnt, um einen Einkaufswagen zu entsperren. Daher ein Schlüsselanhänger mit Nutzen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns dann spätestens am 28.02. Ja, die ersten 10 Folgen sind durch. Den Spielstand kennt ihr vielleicht soweit, wie ich ihn hier gerade zeige. Ein bisschen was hat sich geändert, denn jetzt fangen wir an mit einzelnen Tagen. Weil ich habe aktuell irgendwas mit 1000 Stunden auf der Uhr und ich kann euch jetzt schlecht irgendwie 1000 Stunden Livestream hochladen. Es gibt bestimmt ein paar von euch, die das sehen wollen würden. Aber machen wir nicht. Daher machen wir das jetzt ein wenig kürzer, denn wir gehen jetzt auf einzelne Tage zu. Und deswegen haben wir hier Tag 1. Tag 1. Was ist alles passiert? Das Cup wurde besiedelt. Die ersten Items haben wir auch schon über Quests bekommen, wenn ich das einfach mal so raten darf. Beziehungsweise habe ich beim Archibald gekauft. Der ist nämlich mit dabei, denn wir haben ja keine Händler dabei. Der einzige Händler, der dabei ist, ist Archibald. Da haben wir ab und zu mal ein paar Sachen gekauft, um die Bilanz hochzukriegen. Denn aktuell haben wir nur drei Inseln. Das ist einmal Insel Oxford. Das ist quasi unsere Staatinsel gewesen. Mittlerweile habe ich sie umfunktioniert zu einer Baumaterialinsel. Das heißt, ich liefere einfach nur Holz, Lehm, Stahl und Fenster, liefere ich ins Cup. Da haben wir auch eine Route zu. Hier da einfach Bretter, Oxford, Crow. Das ist quasi die Cup-Route, um alles wirklich rüber zu liefern. Im Cup selbst, ja, habe ich eine normale Stadt gebaut erst mal, um die Bilanzen ein bisschen hoch zu treiben. Und dann haben wir hier zwei Layouts mit Investoren. Die wurden halt erst mal hochgedrückt, damit ich schnell meine Bilanz kriege. Die sind auch gerade noch gar nicht versorgt, nur mit Brillen und Glühbieren. Ein paar Investoren brauchen ja nicht ganz so viel, daher reicht hier ein so ein Eck. Hier steht ein Kraftwerk, was manchmal an ist. Aus irgendwelchen Gründen ist das gerade deaktiviert. Und ja, wir haben die Weltausstellung angefangen, weil ohne Händler sind eigentlich alle Items, die auch in der Weltausstellung zu finden, sind sehr, 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 sehr stark. Hier haben wir dann ein Museum. Da haben wir dann schon so ein paar Sachen, die wir ertaucht haben. Also alles nur Taucher-Items ins Museum gepackt. Und hier haben wir die ganzen Tiere, die wir getaucht haben, ins Museum gepackt. Und aktuell arbeite ich mit dem Set Leuchtkreaturenpark. Und dieses Set gibt für jeden einzelnes Wirtshaus drei Attraktivität. Also für jeden, der sich fragt, warum hier hunderte Wirtshäuser stehen. Ich kriege einfach massig Attraktivität dadurch. Ich bin jetzt hier bei 4000. Und so kann ich halt schon mal wenigstens ein paar Items nebenbei mal ergattern. Wenn wir hier ins Konto gucken, da haben wir schon die ersten paar Epics. Ich bin auch schon, äh, Legendary, so meine ich hier schon angekommen sind. Und das war eigentlich so erst mal Tag 1. Mehr fällt mir jetzt gerade so nicht ein. Mehr ist auch bisher noch nicht passiert. Dann gehen wir direkt weiter. Tag 2. Wie wir sehen, hat sich schon einiges getan. Die Stadt hat sich ein wenig bewegt. Denn ich habe nämlich alle, alle Häuser erst mal ins Rathaus gestellt. Damit ich nochmal mit der, mit dem Lichter-Spiel, was man beim Nate craften kann, ein wenig Attraktivität rein kriege. Damit ich Items verwenden kann, wie zum Beispiel die Schauspielerin. Denn ich bin hier schon so weit, dass ich das Forschungsinstitut hier irgendwo hingestellt habe, glaube ich. Ich habe es doch gerade noch irgendwo gesehen. Jetzt ist es nicht mehr da. Keine Ahnung. Ah, hier vorne. Das läuft hier schon. Da haben wir forschen auch schon ein paar Items gerade nebenbei. Denn wir waren nämlich schon in NBSA. Die Feldausstellung läuft auch vor sich her. Also ganz, ganz fleißig schon. Hier haben wir überall alle möglichen Items drin, wie Schauspielerin, Arbeitskräfte, Bücher, Items zum Hugo, um nochmal Arbeitskräfte zu generieren. Hier die ganzen Legendaries für die Investoren, damit die gut versorgt sind. Die beiden Blöcke stehen hier auch noch, wo sie vorher standen. Das Museum füllt sich auch schon weiter. Wie wir sehen, sind hier auch schon die ersten Gegenstände aus NBSA reingekommen. Gerade die, die man kaufen kann beim KIT-Thema. Weil die Bilanz ist ja gut stabil durch die ganzen Investoren. Im Zoo sind weiterhin ein Haufen Tiere. Auch schon welche aus NBSA. Gerade auch so ein neues, gutes Set. Der Button geht bei mir nicht, was ist da los? Ihre, ich kann nicht blättern, aber jetzt. Ja, Leuchtkreaturen ist weiterhin drin. Arktische Tundra habe ich dann gekauft in der Arktis. Inuit ist ja mit dabei. Und die Mjombo-Wälder habe ich direkt geforscht, damit ich die Walddichte reduzieren kann. Weil mittlerweile haben wir auch hier schon die ersten Produktionen stehen. Hier unten stehen ein paar Holzfäller mit der Druidensichel. Hier ist noch ein Jörg mit dabei, damit die Minen vernünftig laufen. Hier ist allerlei Industrie, Versorgung. Die Ecke hier oben habe ich schon angefangen abzureißen wieder. Weil ich durch die ganzen Items jetzt viel, viel mehr Platz und Arbeitskräfte spare. Hier oben verwende ich nämlich zum Beispiel gerade Dennis Brammen. Einmal erhalten Brot, Wurst und Fisch. Daher fällt halt sehr, sehr viel weg. So die ersten Gelehrten stehen hier auch schon. Aktuell verwende ich hier das Telefon-Item. Ist aber eigentlich total egal, weil ich verwende aktuell gar keine Items, äh, gar keine Besorgung für die Gelehrten. Hier ist nur Strom drauf, Meeresfrüchte-Eintopf, den ich gerade einfliege quasi. Sonst halt die Gebäude und was. Und das Gute ist halt, wenn man das Telefon-Item verwendet, den Telefonverstärker, den kann man einfach kaufen. Aber bei Archibald, dann werden automatisch schon 5 Gelehrte mit hinzukommen, weil sie einfach schon 25% Versorgung kriegen. Ja, ansonsten, in der alten Welt haben wir immer noch unsere Baustoffinsel quasi, die so vor sich herläuft. In der neuen Welt haben wir, ähm, ja, einfach eine kleine funktionierende Stadt. Hier liefere ich dann ein bisschen Baumwolle hin und her. Wir können mal eben kurz in die Routen reinschauen. Genau, hier haben wir nämlich schon Baumwolle und Kaffee für die Investoren und die Baumwolle für die Pelzmäntel. Weil die Pelzmäntel brauche ich ja für die Ingenieure. Da habe ich dann die Insel auch gegenüber schon mit eingenommen, damit ich hier noch die Jagdhütten setzen kann. Und damit ich, ja, die Pelzmäntel zusammen kriege. Ja, hier haben wir noch eine Paprika-Insel für die ganzen Dosen. Und die Insel ist eigentlich geplant erstmal für Investoren, aber das werden wir die nächsten Tage sehen. Wie sieht es denn gerade in Nbessa aus? Genau, da hatten wir dann die erste Insel besiedelt. Hier ist gerade eine kleine Krankheit. Die wird sich wohl irgendwann legen. die erste Insel besiedelt. Das waren so die ersten Versuche in Nbessa. Da kam das Diedel-Zieh gerade erst raus. Durchaus interessant gewesen. Und den Meeresfrüchte-Eintopf, dann liefern wir aktuell nach drüben. So viel zu Tag 2. Und ja, mal gucken, was in Tag 3 so passiert ist. Tag 3! Ja, die Stadt ist schon ein wenig größer geworden. Es geht natürlich weiter mit gelehrten Häusern erstmal. Damit wir schön durchgehend forschen können. Aktuell forsche ich hier die erweiterte Kaffeeproduktion in der alten Welt. Damit ich das hier so in der alten Welt hinbauen kann. Dann brauche ich mir nämlich den Kaffee nicht aus der neuen Welt holen. Das ist jetzt gerade für den Staat sehr, sehr angenehm, finde ich. Und ja, so habe ich meinen Kaffee hier. Getreide geht auch relativ schnell. Einen riesigen Block mit hingebaut. Weil wie man sieht, habe ich jetzt hier schon einiges an Produktionen hingestellt. Auch damit relativ vielen guten Items. Hier und da mal eine Druckerpresse. Da ist auch schon der Michel mit reingekommen. Hier haben wir uns irgendwie einen Schweine-Layout hingedastelt. Was funktioniert zweimal. Die Schafe noch in die Mitte mit rein. Damit ich ein bisschen Wolle kriege. Die Städte sind wieder nach unten gerückt. Warum auch immer ich hier wieder verschoben habe. Auf jeden Fall haben wir hier oben jetzt einen riesigen Block mit Gelehrten. So haben wir das das erste Mal gebaut. Da waren wir noch ein bisschen am Üben und am Testen und am Drehen und am Machen. Auf den Anfang erstmal ganz okay. Forschungspunkte haben wir jetzt hier schon. 3000 von den Gelehrten. 140 von den Ältesten. Das kriegt man ja durch die durch die eine Quest von den Getusi Anitoni glaube ich war es. Ja, der Zoo ist weggekommen. Und das Museum Ah nee, das Zoo steht hier noch. Aber nur noch die Sets, die ich brauche. Und das Museum ist einfach viel, viel größer geworden. Und wie man sieht, sind es einfach noch mehr Items aus in Besa, die man einfach kaufen kann. Also ein paar Tauchersachen dazwischen wie der Ring zum Beispiel. Aber hauptsächlich sind es Sachen, die ich kaufen kann in den Besa. Denn das ist eigentlich der nächste Plan. Dass ich nach und nach die Inseln besiedle, um vernünftige Besucherinseln aufzustellen. Weltausstellung ist auch schon wieder durch. Hier fahre mich gerade Blumen. Und zwar die Blumen für die Besuchersets. Wir können mal kurz ins Lager schauen. Wo haben wir sie, Kultur Items. Genau, da fahre mich nämlich gerade diese Kokospalmen und sowas. Sagasso See Sets. Und was ist da noch alles drin? War ein paar mehr Pflanzen drin, aber man muss ja mit irgendeinem Set anfangen. Daher hatte ich damit angefangen. Und ansonsten, ja, hier haben wir auch uns ein Fuchs erforscht. Mittlerweile kann man sich ja alles so erforschen. In der neuen Welt ist soweit erstmal nichts passiert. Hier hat sich gar nichts geändert. Genau wie in der alten Welt hat sich auch nichts geändert. Aber ein bisschen was kaputt gegangen. Das passiert wohl mal. Und in den Besa hat sich auch erstmal nichts getan. Soviel dazu. Wir gehen in Tag 4. Und damit wären wir bei Tag 4. Es ist einiges geschehen. Es ist einiges geschehen. Mittlerweile habe ich schon mehrere Museen hier. Hier ist eins. Hier rechts ist eins. Hier oben ist noch eins. Und wirklich alles nur mit den Sachen, die ich kaufen kann aus in Besa. Um halt wirklich die Attraktivität zu pushen. Wir sind jetzt nämlich hier endlich bei 33.000 angekommen. Hier ein bisschen war es da ein bisschen was. Und dann hast du es soweit. Die Industriehecken sind immer noch dieselben. Hier oben stehen schon mal ein paar Telefone. Damit die paar Gelehrten hier auch versorgt sind. Denn die Forschung werden ja immer teurer. Und darum brauchen wir auch immer mehr Forschungspunkte. Forschungspunkte Bilanz von 13.000. Lässt sich schon mal ganz gut sehen, würde ich sagen. Und wie man auf der Karte schon sieht, hier ist einiges los. Ich habe nämlich schon die ersten Inseln eingenommen. Wie zu Tag 3 schon erwähnt, haben wir hier einige Sachen, die mit dazu gekommen sind. Hier forsche ich nämlich auch schon diese schönen, Madame Cahinas exklusive Tourismusanstoß für 20% Besucherwahrscheinlichkeit. Die anderen beiden kriegt man ja so. Denn ich farme nicht mit dem VIP-Bonus. Denn ohne den VIP-Bonus hat man erstens ein kostenloses Museum. Die Teile kann ich dafür alle kaufen in Mesa. Daher ist das richtig, richtig simpel. Kann ich jedem empfehlen. Und der zweite Punkt ist, dass die wichtigen, guten Schiffs-Items, gerade die Airmen der Gilda und den Moses und den Richard, die sind da nicht mit drin in dem VIP-Pool. Und darum habe ich mich von Anfang an und zu entschieden, gar nicht erst den VIP-Pool zu nutzen zum Farmen, sondern einfach nur den Besucherwahrscheinlichkeits-Bonus. So hat hier so eine Insel, hat hier 100% mit Museum. Hier stehen auch schon einige Inseln jetzt, die gut laufen. Richtig alles voll. Hier stehen auch Tool-Layouts. Die habe ich mir auf die mittleren Inseln drauf geklatscht. Das ging dann doch ein bisschen schneller, als tausende Items zu kaufen. Das musste ja nicht sein. Weil die Paprika sind schon wieder abgerissen worden. Und hier ist schon reger Schiffsverkehr. Denn ich habe wohl eine ganze Investoreninsel eben aus dem Boden gestampft. Weil irgendwoher muss der Einfluss ja kommen. Die ganzen Lücken, die hier drin sind, ja, ich habe aktuell nur alle Häuser aufgewertet, die innerhalb eines Rathauses stehen. Damit ich dort die Attraktivitäts-Bonus mitnehmen kann. Teilweise habe ich auch irgendwelche Legendaries irgendwann mal reingesockelt, damit ich Sekt bekomme oder was. Wo haben wir hier das Palastmodul? Da steht es mittendrin. Dadurch kriegen wir nämlich unsere Arbeitskräfte. Die verteilen wir dann mit dem Pendler Kais ins Kap. Damit der ganze Laden hier läuft. Dadurch konnte ich dann nämlich die ganzen Bauern und so könnte ich eigentlich abreißen, Bauern und Arbeiter. Aber ich habe sie erst mal stehen lassen, um die Quests zu generieren. Weil wenn ich alle Bauern und Arbeiter abreiße, ist es ein bisschen schwierig mit Quests generieren, würde ich sagen. Ja. Die Insel habe ich eigentlich allen Welten eingenommen. Die ist auch schon alles voll in grüner Punkte. Überall steht ein Kontor. Damit mir der Hugo nicht alles wegnimmt, weil der war schon sehr fleißig am Erobern. Aber ansonsten hat sich hier nichts getan. Weiterhin. Ich habe nur die Inseln eingenommen, damit der Hugo mir nicht auf den Keks geht. Und ansonsten in der Arktis war ich jetzt auch schon. Habe alle Inseln besiedelt. Ist aber noch gar nichts passiert. Die Arktis, die habe ich irgendwann mal im November weitergemacht. Das ist ja alles noch. Das ist jetzt gerade der 25. Oktober gewesen. Zumindest der Spielstand. Und soweit würde ich erst mal sagen, ist das ganz gut. Und schauen muss man, was in Tag 5 passiert ist.